Grüße und herzlich Willkommen zur neuen Tagesenergie, nein, neue Wochenenergie vom 4.10.21 bis 10.10.21. Heute ist bei mir Sonntag, Nachmittag 3.25 Uhr, ein wunderschöner Tag. Und erstmal danke an euch allen für eure Daumen, für eure Liebe, für euer Gucken, denn dafür mache ich das ja, um uns allen aufbauende Energien mitgeben zu können. Und die Energien heute sind sehr stark, sehr klar, sehr, sagen wir mal, innengehend. Die Energien, die heute so herrschen, die sind eigentlich materiell oder physisch gar nicht so spürbar, denn sie gehen in unser System und regen da eine Art Umbau an, sage ich jetzt mal, aber einfach aus diesem, was mehr in unseren Synapsen entsteht, dass wir anfangen, mehr zu erkennen, mehr zu sehen, ob das jetzt spirituell ist oder erdlich gesehen. Es ist vollkommen wurscht, der eine, der bis jetzt alles geglaubt hat, erkennt auf einmal nicht nur das, was nicht stimmt, das wusste er die ganze Zeit schon, sondern eben auch diesmal registriert er es, diesmal kann er es nicht mehr verbergen oder einfach so abschütteln. Das, was jetzt dir bewusst wird, ist egal, ob das jetzt mit Erde zu tun hat, spirituell oder sonst irgendwas, das, was dir jetzt bewusst wird, das wird bleiben, das kannst du nicht mehr wegschicken. Und es löst natürlich einen Kampf aus in dir, weil wenn du dir vorstellst, du hattest so die heile Welt und jetzt erkennst du, du erkennst schon lange, dass diese heile Welt nicht mehr stimmt, du hast sie aber irgendwie weggeschoben, wolltest nicht darüber nachdenken und so weiter, haben wir jetzt die Energien, jetzt musst du, du wirst sie wahrnehmen und kannst sie nicht mehr blocken. Und das entsteht natürlich in jedem Einzelnen von uns eine Art Kampf. Es geht ums Materielle, es geht ums Geld, es geht ums Reichtum, jegliche Art, es geht um die Krankheit, es geht um deinen Körper, um deinen Gewinn und um die Gefahr. Also das ist das, was ich sagte, das ist so ein Rundumschlag. Wir erkennen, dass es nirgends mehr stimmt. Es stimmt im Geld nicht mehr, im Reichtum, mag sein, wo ihnen mehr hingeht, wir sind ein Reichtum an Krankheiten, aber sonst schon nichts, obwohl der Körper gesund ist, der Körper hat einen Gewinn und trotzdem sind wir schuld. Das ist genau diese Energie, die ich beschrieben habe, die geht so ins Innerste von jedem, sodass er hinschauen muss, er kann es nicht mehr verbergen. Und das ist für viele oder einige sehr tragisch, für die anderen, Gott sei Dank, also je nachdem, wie du bis jetzt mit den Sachen umgegangen bist. Also wir haben einen Kampfmodus, das ist er für die Menschen, die bis jetzt immer noch die Augen geschlossen haben und jetzt einfach merken, ich kann nicht mehr zumachen, ich muss diesen Kampf sehen und die kämpfen natürlich sehr mit sich. Der andere kämpft mit dem Sehblödsinn mit sich, weil er wirklich daran geglaubt hat und jetzt sieht, da stimmt hinter und vor nichts. Der eine oder andere ist auch wirklich körperlich krank, aber der wird gewinnen, die körperlichen Krankheiten werden gewinnen. Das andere ist das Schuldthema. Was dann kommt ist, ich habe daran geglaubt und habe vieles dafür gemacht und jetzt sehe ich, dass es verkehrt war und bin schuld. Also das ist eine ganz allgemeine Energie für den anderen, der sich da, wie soll ich sagen, nicht schuldig fühlt oder positiv gelebt hat und die Augen aufgemacht hat. Dem wird es zwar auch einen Kampf, den Kampf sichtbar, aber hier kommt ein Reichtum dazu und auch der Gewinn des Körpers, weil diese Krankheit ja dann irgendwann, Gott sei Dank mal, wegfällt und diese Schuld steht bei demjenigen dann alleine. Da hat er keinen Kampf mehr. Aber das ist wirklich ganz individuell, wie du eingestellt bist, wie du das Ganze bis jetzt die letzten eineinhalb Jahre aufgenommen hast und gesehen hast oder dein Leben gelebt hat. Das ist genauso. Das hat ja mit der Energie an sich zu tun. Hast du immer die Augen aufgemacht, hast du immer versucht, dein Bestes zu geben, kommt diese Schuld weniger. Hast du die Augen verschlossen und gesagt, ach, interessiert mich alles nicht, ist alles nicht, ich mache jetzt einfach mal, dann kommt dir die Schuld natürlich mehr. Der Reichtum ist krank, der Körper ist krank. Die körperliche Krankheit muss aber nichts Schlimmes sein, das kann auch Kopfweh oder sonst irgendwas sein, was diese Energien einfach auslösen. Bei dem einen oder anderen, also Reichtum an, wie soll ich denn sagen, Krankheitsgefühlen, das ist eben so Kopfweh mir schlecht, ich bin müde oder sonst irgendwas, weil beim einem oder anderen, dass im Körper wirklich spürbar ist diese Woche, dass körperlich wirklich etwas macht, beim anderen ist es ein körperlicher Gewinn, die fühlen sich fit. Es kommt wirklich darauf an, wie du eingestellt bist, wie du bis jetzt das alles gesehen hast. Geld und Reichtum bringen Natur und Urlaub ein Gefühl, ein Wohlgefühl, für die, die Reichtum an Geld haben, die anderen haben Schuld an Geld. Es ist wirklich ein vielschichtiges Energien, die sich immer so erfüllen, wie du es dir gemacht hast. Die Energien können sehr erfüllend sein, an Reichtum jeglicher Art, sie können aber auch sehr erfüllend sein, an Krankheit jeglicher Art. Je nachdem, wie du dein Leben bis jetzt gestaltet hast, das kommt jetzt so massiv auf diese Erde, deine eigene Gestaltung. Hier kommt nämlich alles in den Fluss, auch die Krankheit kommt in den Fluss, sagt, es ist so und so. Der Körper gewinnt zur Freude, die Liebe kommt zu Tage und der große Erfolg, also das ist eine wirklich extreme Woche, kann ich ganz, gar nicht anders sagen, wo viel gestritten wird, aber auch viel gesprochen wird, wo einfach irgendeine Energie sagt, jetzt muss was getan werden, und die Energie lässt nicht aus. Also sie schiebt hier richtig an, und zwar wirklich ins sehr Positive oder auch ins Negative. Hier liegt, wenn man es sich manifestiert, großer Reichtum, große Liebe, großer Erfolg drin, also wirklich eine Woche, wo man sagt, hier ist wirklich etwas absolut sichtbar. Es ist aber für die, die sich ihr Leben im Negativen manifestieren, wirklich Krankheit drin, die wirklich wahrscheinlich mit Erfolg schlimmer wird. Hier ist die Körperkrankheit mit Erfolg im Fluss. Es wird dein Freund, diese ganze Krankheit wird dein Freund, und du gewinnst dir einfach an Schuld, aber alle die, muss ich auch sagen, hier mit Liebe kannst du auch da mit großem Erfolg raus. Das heißt, wenn du bis jetzt ein Pessimist warst oder das Ganze aus anderem Blickwinkel gesehen hast und jetzt einfach durch diese Energie sagst, das war alles verkehrt, kannst du das ganz, ganz, ganz schnell ändern. Denn die Energien dieser Woche sind extrem stark, extrem auf uns ausgerichtet, also auf den Menschen an sich, nicht nur auf die Welt oder so, sondern auf den Menschen, dass der sich anpasst der Welt, so will ich sagen, anpasst der hohen Energien, ob du jetzt willst oder nicht. Es ist so, ich will jetzt nicht sagen, friss oder stirb, aber es ist wirklich so, dass hier, wenn du in deinem alten Leben und in deinen alten Energien bleiben willst, musst du wirklich kämpfen und das macht dann krank. Entweder du wachst jetzt auf, das ist ein blödes Wort, ich mag das nicht, entweder du, du schaust jetzt hin und siehst und machst dein Leben dann positiver, weil das ist hier, hier ist riesengroßer Erfolg drin, im positiven Leben, an Reichtum, am Geld, am Fluss vom Körper, dass das wieder alles funktioniert. In Liebe, hier sind die ganzen besten Karten, die ich habe, überhaupt in den ganzen 111 Karten, die ich hier habe, sind diese drei, die besten Karten. Und natürlich mit Geld und Reichtum braucht man gar nicht reden. Hier ist wirklich ein Power drin, das ist eine Powerwoche, wo man wirklich alles erreichen kann oder sich wirklich ganz viel Krankmachendes geben kann. Aber eben die gute Nachricht, die, die jetzt merken, mein Körper reagiert einfach, mein Körper wird müde, wird völlig schlapp oder sonst irgendwas, die haben auch diese Woche die Chance, da rauszukommen, einfach von der unteren Linie auf die obere zu springen und einfach sagen, okay, ich lasse es fließen und der Fluss und der Erfolg wird mein Freund in Liebe und großen Erfolg. Das geht ganz genauso, weil diese Schuld muss nicht sein, die gibst du dir immer selber. Die Schuld ist immer etwas, was du dir gibst. ist egal, an was du glaubst, keiner deiner Schöpfer oder Quelle oder was immer du sagst, gibt dir an irgendetwas Schuld. Nothing. Das ist, also wenn du an einen Schöpfer glaubst, der böse ist und dich da bestraft, dann okay, dann ist das deine Sache. Aber ich weiß, dass die Quelle an sich nur unser Bestes im Auge hat und uns nie, nie und nimmer eine Schuld geben würde. die gibst du dir selber und die musst du selber mit dir ausmachen. Aber die Energien sind da, dass hier wirklich einiges passiert und alles in Fluss kommt. Ich möchte jetzt mal bloß noch die Hauptenergie von dem Kampfwissen, ja, Wissen erlangen. Das ist eben die Hauptenergie. Wir werden Wissen erlangen und dadurch entsteht dieser Kampf und das bringt diese Energie mit sich, dass das Wissen rauskommt und dann du hinschauen musst, nicht mehr wegschauen kannst und dann fängt bei einem oder anderen der Kampf an. Die anderen kommen in die große Freude, weil sie endlich sehen, Gott sei Dank, jetzt endlich mal passiert was. Wie groß das sein wird, weiß ich nicht. Meines Erachtens wird es groß, irgendein Power-Ding, weil hier meine ganzen besten Karten liegen. Hat was zu sagen, kommt nicht umsonst. Bei 110 Karten diese Karten rauszufischen ist schon eine Leistung. Also ich mache das jetzt schon sehr, sehr lange und passiert nicht so oft. Also, nutzt diese Woche ins Positive und wenn sie euch irgendwie ins negative Feld annehmen, loslassen, wieder ins Positive kommen, ist diese Woche sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wichtiger, wie es bis jetzt immer war, weil hier riesenschwere, nicht schwere, sondern riesenstarke Energien sind, dass du wirklich vor einem Tag auf anderen wirklich alles ändern kannst. Dass halt nicht, wenn du jetzt Bettelarm bist und da raus willst und alles positiv machst, dass dann morgen alles gut ist. Nein, aber diese Energie macht dann das übermorgen, überübermorgen in drei Wochen es immer und immer und immer besser wird. Es kann aber auch sein, dass bei den einen oder anderen wirklich vor Ort auf morgen alles ganz anders ist. Auch das sind diese Energien. Ja, da bin ich gespannt. Das ist eine interessante Woche, das ist eine powervolle Woche. Wollen wir sie genießen und für uns arbeiten lassen. Habe die Ehre.